Willst du denn jetzt mit dem Sparschwein hier, Zwerg? Ach so, für den ersten Hinterbliebenen der Westberliner Zeitungsverleger. Na, immer spenden, spenden. Den Rudi Augstein bitte ich glatt, er vermache unserer Stadt etwas, was den Morgenkaffee uns versüßt. Eine neue Tageszeitung, die man ohne sich zu schämen liest. Die Westberliner Kunst serviert als Paprika vom Teller, oh la la, ne Currywurst. Und Kulturzentrum, das ist Marika Röck und Walter Höllerer. Die Industrie hat einen Schock und geht am Stock. Wie wär's mit Westberlin als Intershop für'n Ostblock? Oh, da donnert Lemmers Ernste mit dem Sonderknüppel im Getümmel Berlin. Das soll ein Starfighter sein, kein Meister fällt vom Himmel. Dass nicht die Einfallskraft beim Militäralarm, vermache ich der inneren Führung, Möwus ist tot, Herzhand den Sender Leipzig und ein Werk von William Schlamm. Man hört kein Loblied auf den Willi mehr, dafür hat jetzt die Bundeswehr fünf Bibliotheken. Nun wird sie klüger und auch Kessa mit Shakespeare im Turnister schießt sich's besser. Dem guten Herrn Minister für das Militär vermache ich hiermit einen angriffslustigen Feind. Ein Vers taugt eben mehr, wenn er sich tüchtig reimt. Und toter Russ auf deutschen Schuss reimt sich sehr. Ja?